Menschen mit Autismus sind in ihrem Leben immer wieder Ausgrenzungen und Stigmatisierungen ausgesetzt. In diesem Video bekommt ihr fünf Erfahrungsberichte von von Autismus betroffenen Menschen bzw. deren Angehörigen, um euch einmal einen Einblick zu gewähren, was autistische Menschen tagtäglich tatsächlich erleben. Dafür habe ich wieder einen Aufruf auf Instagram gestartet, diesmal auf meinem Autismus-Instagram-Kanal und habe euch als meine Abonnenten gefragt, hey, wenn ihr eure Erfahrungen mit dem Thema Ausgrenzung und Stigmatisierung im Hinblick auf eure Diagnose teilen möchtet, schickt mir doch sehr, sehr gerne eure Berichte. Ja, und diese Berichte bzw. fünf Stück davon lese ich euch in diesem Video vor. Dabei handelt es sich um ganz unterschiedliche Erfahrungsberichte, also es geht zum Beispiel um Ausgrenzung und Benachteiligung in der Kita. Es geht aber natürlich auch um die Jobsuche, es geht aber natürlich auch um den ganz privaten Bereich, das heißt die persönlichen Sozialkontakte, die man so hat. Ihr werdet immer, wenn ich eine Frage bzw. einen Text vorlese, einen Namen von mir hören, den findet ihr dann auch in den Zeitstempeln in diesem Video. Diese Namen sind natürlich frei von mir erfunden. Jeder, der mir einen Text zugesendet hat, bleibt natürlich zu 100% anonym. Aber meine Lieben, die Texte sind teilweise sehr, sehr lang, verlieren wir deshalb nicht viel Zeit und fangen gleich an mit fünf Erfahrungsberichten zum Thema Autismus und Ausgrenzung. Die Sibylle hat mir geschrieben, hallo und vielen Dank für das Thema. Aktuell ist unser dreieinhalbjähriger Sohn in der Diagnostik, vor allem wegen Autismus-Spektrumstörungen. Die Kita schlägt uns jetzt schon einen Kita-Wechsel vor, obwohl unser Sohn seit gerade mal vier Monaten hingeht und wir noch keine handfeste Diagnose haben. Er sei zu anstrengend und die Kita hat keine geeigneten Ressourcen und nicht genug Personal, um auf ihn individuell einzugehen. Auf langer Sicht können sie es nicht tragen, meinen sie. Dies sei auch keine integrative Kita, sondern eine normale. Sie schlagen uns eine andere Kita, die zum selben Verband gehört, vor. Diese sei wohl geeigneter für unseren Sohn und er habe dort die Möglichkeit, in einer kleineren Gruppe unterzukommen und einen Förderplatz zu kriegen. Auf der einen Seite haben wir als Eltern das Gefühl, der Ratschlag ist gut gemeint, aber irgendwie lässt uns auch nicht das Gefühl los, dass die Kita womöglich versucht, unseren Sohn einfach abzuwälzen, um es sich einfacher zu machen. Ja, gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten, die ich beanspruchen kann, was kann ich da machen? Ich wurde erst letztens beispielsweise darum gebeten, wenn es mir möglich wäre, meinen Sohn doch bitte heute früher abzuholen, da an einem Tag wenig Personal vor Ort war. Ich fragte, ob die anderen Kinder denn auch früher abgeholt würden und die Antwort lautete, nein. Aber da mein Sohn in der Mittagszeit häufig aus der Gruppe rausgeht und sich im gemeinsamen Flur aufhält, wird es schwierig, dass jemand auf ihn aufpasst. Da frage ich mich, wieso ausgerechnet ich als Mutter eines verhaltensauffälligen Kindes den Personalmangel in der Kita kompensieren muss. Ich bin echt überfordert und weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. An den Sozialarbeiter, an das Jugendamt. Was wäre die richtige Anlaufstelle für uns? Ja, ganz kurz zu diesem Erfahrungsbericht von mir, ein ganz kurzes Statement. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel für eine Diskriminierung aufgrund einer Diagnose beziehungsweise, und das ist natürlich hier ganz, ganz interessant, aufgrund eines Diagnoseverdachts. Was man hier machen kann, ja, natürlich erst mal die Diagnose abwarten. Was kommt denn am Ende dabei rum? Wenn zum Beispiel Autismus, die Autismusdiagnose sich nicht erhärtet, wird es natürlich auch sehr, sehr schwierig, dementsprechend in einem Förderkindergarten unterzukommen. Man muss es natürlich zum Teil verstehen, jede Kita hat auch nur bestimmte Kapazitäten. Ja, jede Kita hat nur ein bestimmtes Kontingent an Personal. Man muss aber ganz klar sagen, dass in aller Regel Kinder ohne eine Diagnose, wenn sie schwierig sind, und die gibt es in jeder Kita, ja, die werden ja auch nicht dazu, sage ich einmal, gezwungen, oder die Eltern werden dazu breitgeschlagen, einen Kita-Wechsel zu vollziehen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Fall. Ich persönlich würde jetzt erst mal, ja, die Diagnosestellung abwarten. Ansonsten muss man sich überlegen, als Eltern ist denn diese Kita grundsätzlich, und das meine ich jetzt ganz grundsätzlich, egal, welche Diagnose am Ende dabei rauskommt, die richtige Kita für den Sohn. Denn so oder so erfährt ja das Kind eine Diskriminierung. Und wir dürfen nicht glauben, dass selbst wenn die Diagnose nicht gestellt werden würde, diese Diskriminierung, und das ist natürlich etwas, das sich, ja, unterschwellig auch überträgt. Also wenn jetzt, sage ich mal, die dort tätigen Erzieher das Kind nicht mögen, dieses Kind ablehnen, dieses Kind als einen Ballast sehen und nicht, ja, in seiner individuellen Liebenswürdigkeit sehen und aus vollem Herzblut dieses Kind fördern, sondern es mehr oder weniger nur, ja, ihr wegdrücken wollen, das bekommt natürlich auch das Kind mit immer und immer wieder, und sei es auch nur unterschwellig in der Behandlung. Wie gesagt, egal, ob dieses Kind jetzt die Diagnose bekommt oder nicht. Und da muss man sich natürlich fragen, möchte ich grundsätzlich mein Kind in einer Kita unterbringen, in dem es nicht willkommen geheißen wird. Und somit wäre eventuell ein Kita-Wechsel auch dann sinnvoll, wenn die Diagnose nicht gestellt wird. Aber wie gesagt, ich würde erst einmal die Diagnose abwarten und hinterher schauen, auf welche Kita, wenn ich vielleicht so oder so wechsle, werde ich mein Kind dann, ja, schicken. Ja, und das kann man sich dann natürlich sehr viel besser überleben. Beschreibt natürlich auch, wenn ihr dieses Video seht und dazu, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und dazu noch Tipps beisteuern könnt, auch gerne in die Kommentare, wie ihr euch in diesem Fall verhalten möchtet, verhalten würdet. Ja, der Felix hat mir geschrieben. Hallo, hiermit möchte ich auf den Beitrag von Autismus-Info, Benachteiligung und Ausgrenzung bei Autismus, meine Erfahrungen bezüglich des Jugend- und frühen Erwachsenenalters teilen und dazu Stellung nehmen. Zu meiner Person, ich bin männlich, 24 Jahre alt, Asperger-Autist und komme aus Norddeutschland. Ich werde chronologisch mit einem kurzen Einblick in meiner Kindheit starten, um den Hintergrund zu erklären. Im Kindergarten bin ich aufgrund meiner autistischen Wesenzüge natürlich deutlich aufgefallen. Denn sonst könnte man es nicht als tiefgreifende Entwicklungsstörung bezeichnen, schreibt er hier. Die Sonderpädagogen und Erzieherinnen äußerten damals schon den Verdacht auf ein Asperger-Syndrom beziehungsweise auf eine mögliche Störung innerhalb des Autismus-Spektrums. Ich galt während der ganzen Kindergartenzeit, Grundschulzeit, als schwer erziehbares Kind und galt als nicht integrierbar. Meine Mutter durchlief mit mir einen regelrechten Marathon von Therapeuten, Institutionen und so weiter. Einmal vorstelle ich in der KJP, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es folgten zwei Jahre Förderschule, dann wurde ich aber wieder in die Regelschule integriert. Gymnasial-Empfehlung schreibt er hier noch dazu. Nach einer mehr oder weniger guten, ich sage mal chaotischen Schullaufbahn, stand ich doch noch mit einem erweiterten Realschulabschluss da, den ich nachgeholt hatte. Ich habe einige Arbeitsversuche unternommen, wurde aber jedes Mal nach kurzer Zeit wieder gekündigt. Es gab immer heftige Konflikte mit den Kollegen und Vorgesetzten. Einmal gab es sogar meinerseits verbale und handgreifliche Auseinandersetzungen, die ich hier aber nicht weiter ausführen möchte. Auch Vorstellungsgespräche verliefen problematisch. Als Rückmeldung bekam ich folgende Aussagen. Sie haben uns fast nie angeschaut während des Gesprächs und naja, es fehlt unsererseits etwas Empathisches. Nach all diesen Rückschlägen habe ich mich beschlossen, den Verdacht aus meiner Kindheit noch einmal aufzuarbeiten und mich auf Autismus testen zu lassen. Somit habe ich mich an eine nahegelegene Universitätskino mit einer entsprechenden Spezialsprechstunde gewendet und bekam danach zwei Terminen die Autismusdiagnose. Nun gelangen wir zur Zeit nach der offiziellen Diagnose. Da war ich 22 Jahre alt. Ich habe mich mit der Autismusdiagnose an die Bundesagentur für Arbeit gewendet und habe mein Asperger-Syndrom offengelegt. Es wurde eine sozialmedizinische Stellungnahme seitens der Bundesagentur für Arbeit erstellt. Darin hieß ich, dass ich zwar grundsätzlich in der Lage wäre, vollschichtig zu arbeiten, aber aufgrund des negativen Leistungsbildes praktisch nicht vermittelbar wäre. Somit schlug die Sachbearbeiterin vor, ich solle mich in einer beruflichen Rehabilitation für psychisch Kranke begeben. Auf Äußerungen meinerseits, dass ich gerne eine Ausbildung im naturtechnischen Bereich machen möchte oder einen weiteren höheren Schulabschluss zu erlangen, bekam ich nur folgende Antwort zu hören. Also, Sie sind ja Autist und ich kenne Ihre Art von Fälle. Wir müssen gucken, wie belastbar Sie sind. Ich solle erstmal in eine berufliche Reha für psychisch Kranke. Ich war dementsprechend zum Termin dort also in der BfW und habe gleich erkannt, wie niveaulos die Atmosphäre war. Der Sozialarbeiter war ein ehemaliger aus der Bundeswehr. Im Gespräch sollte ich beschreiben, wie sich dieses und jenes Gefühl anfühlt. Er berichtete mir sehr authentisch, in Häkchen gesetzt hier, dass das hier nicht eine wirklich hochwertige, berufliche Reha sein würde. Tja, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Nach diesem Termin habe ich beschlossen, das alles abzubrechen. Ich bin zwar autistisch, dennoch bin ich in meiner subjektiven Meinung nach nicht psychisch krank. Ich habe auch tatsächlich keine komorbiden psychischen Erkrankungen. Ich habe nur die Diagnose Autismus mit einer Schwerbehinderung, mit einem Grad der Behinderung von 50. Da waren meine mehr oder weniger schlechten Erfahrungen mit meinem Autismus. Ja, es würde mich freuen, wenn meine Erfahrungsbericht in deinem Video einfließen würde. Tja, das ist natürlich ein ganz, ganz typischer Fall, sage ich mal. Jetzt mal wieder hier eine kleine Anmerkung von mir noch dazu, dass man natürlich versucht, auf den Agenturen für Arbeit und auch auf den Jobcentern, Menschen, die eine bestimmte Diagnose haben, ganz, ganz schnell ins Abseits zu drängen. Das ist ein Problem, das können sich viele Menschen mit anderen Diagnosen oder anderen Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen oder Alkoholismus, das ist jetzt nur ein Beispiel, schwer vorstellen, weil diese natürlich erleben, dass sie, obwohl sie sehr, sehr krank sind, immer und immer versuchen, eventuell eine Erwerbsminderung zu bekommen, man ihnen diese aber nicht zugesteht und man, ich sage es jetzt mal so, wie es ist aus meiner Erfahrung, aus meiner Wahrnehmung, das, was ich schon sehr, sehr häufig gesehen, erlebt, gehört habe, ja, dass man vielleicht auch in diesen Bundesagenturen und Jobcentern weiß, diese Person ist eigentlich gar nicht dazu in der Lage, hier mitzuwirken, denn sie ist ja eigentlich krank, zum Beispiel ist Alkoholiker oder ist Drogenabhängig und, ja, da ist es für uns das Komfortabelste, diese Person dann eventuell einfach zu sanktionieren, weil sie die Termine nicht wahrnimmt und somit natürlich den Leistungsbezug zu reduzieren. Diese Personen werden sehr, sehr häufig, aber nicht, sage ich mal, erwerbsgemindert, bekommen häufig nur sehr, sehr wenig Unterstützung. Wenn man mit einer Autismusdiagnose daherkommt, ist es ganz, ganz häufig so, dass diese Bundesagenturen von sich aus versuchen, einen selber in die Erwerbsminderung zu drängen. Das geht dann ganz, ganz schnell. Da stellt man sich dann also hin, sagt, ich habe einen erweiterten Realschulabschluss und ich möchte auch gerne arbeiten, ich möchte eine Ausbildung machen und anstatt vermittelt zu werden, sagen dann diese Agenturen ganz, ganz schnell, nee, sie bekommen hier keine Vermittlung, gehen sie erst mal zum Amtsarzt und der Amtsarzt wird dann sehr, sehr häufig feststellen, dass die Person nicht oder nur sehr vermindert arbeitsfähig wäre und so ist man dann relativ schnell aus dem Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Arbeitsagenturen verschwunden, obwohl man gerne arbeiten möchte. Ja, das ist ein Vorgang, den erlebt man gerade bei der Diagnose Autismus-Spektrum, schrägstrich Asperger-Syndrom, sehr, sehr häufig. Jetzt kann man sich überlegen, wie gehe ich damit um? Ja, meine Empfehlung ist natürlich immer, solange es geht zu versuchen, diese Erwerbsminderung abzuwenden. Es gibt in vielen Bundesagenturen inzwischen tatsächlich auch einen zuständigen, tatsächlich für Menschen mit Autismus, die da etwas kompetenter sind. Allerdings ist das, was man da erlebt, wenn man eine solche Diagnose hat, in jedem Fall, da möchte ich hier nicht schönreden, immer sehr, sehr problematisch, weil im Endeffekt ist man natürlich auch immer ein bisschen der Willkür des Fallmanagers ausgeliefert und wie gesagt, ich erlebe es sehr, sehr häufig, ich sehe es sehr, sehr häufig, dass Menschen mit einer Autismus-Diagnose sofort rausgedrängt werden aus dem Zuständigkeitsbereich, während man andere Menschen, die vielleicht drogenabhängig sind, nicht herauslässt. Und das ist meiner Meinung nach ein strukturelles Problem. Aber, meine Lieben, in diesem Video geht es nicht um mich und um meine Weisheiten in Häkchen, sondern es geht hier um die Erfahrungsberichte von Betroffenen. Und diesbezüglich hat die Florentine mir geschrieben. Also, wir haben einen Sohn, der wahrscheinlich Asperger-Syndrom hat. Er wird im März vier Jahre jung. Seit er drei ist, haben wir ihn im Kindergarten angemeldet. Als wir dort erwähnt haben, ja, hier geht es schon wieder los, dass er eventuell dieses Syndrom hat, werden wir schlagartig anders behandelt. Ja, das muss ich gleich in den Einschub machen. Das ist tatsächlich ein Stigma in reiner Form. Ja, man weiß noch nicht mal, ob er diese Diagnose hat. Er verhält sich auch nicht anders von Montag auf Dienstag. Aber sobald man Montagnachmittag erwähnt, dass er eventuell diese Diagnose hat, wird er am Dienstag ganz anders beurteilt, ganz anders behandelt als zuvor. Das ist leider, das muss man ganz klar sagen, das klassische Beispiel eines Stigmas. Aber lesen wir weiter. Auf einmal musste er ein Gespräch mit der Kita-Leitung stattfinden, bei dem dann rauskam, dass er nur einmal wöchentlich für ein bis zwei Stunden mit einem Elternteil hin darf, da er für sie dort eine außerordentliche Belastung sei und wir erst eine Eingliederungshilfe beantragen sollen. So, so. Das ist auf einmal rausgekommen, nachdem der Diagnoseverdacht erwähnt wurde. Ja, ist ja sehr interessant. Nun wird er vier und er darf immer noch nur einmal die Woche hin. Und wenn andere Kinder eingewöhnt werden, darf er sogar gar nicht hin, wegen uns Eltern und Corona. Ja. Zudem kann er noch nicht sprechen und alle tragen diese dämliche Maske. Dabei wäre es für ihn so wichtig, unsere Lippen zu sehen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das SBZ-Zentrum stellt uns auch noch keine Diagnose aus, wer noch so jung ist und sie meinen, er sei von der Entwicklung vielleicht noch hinterher, auch wenn er autistische Züge hat. Ihm fehlt es komplett an Förderung, aber die Förderung, die er bräuchte, zum Beispiel Kindergarten, wird ihm verwehrt, weil wir keine Diagnosen und keine Eingliederungshilfe erhalten. Ich kann nur sagen, dass er wirklich hinterher ist und auch sehr sensibel, aber er keine Belastung ist, wird hier ganz fett betont. Würden Sie sich einmal ausführlich mit ihm beschäftigen, würden Sie merken, dass es leicht ist, mit ihm klarzukommen. Sie haben nur Autismus gehört und bei Ihnen haben die Alarmglocken geklingelt. Seitdem wird er unfair behandelt und wir alle komplett im Stich gelassen. Es tut einfach nur noch weh. Der Max schreibt mir, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ich wegen dieser Diagnose gekündigt wurde. Ja, hier geht es schon wieder los. Ich habe von Anfang an offen mit meiner Chefin darüber gesprochen und erst hieß es, ja, kein Problem. Und noch in der Probezeit hat man dann doch plötzlich gesagt, nee, das ist uns dann doch zu heikel. Ich kenne mich und weiß, was ich kann und was nicht. Ja, meistens zumindest, aber ich weiß bis heute nicht, was denen zu heikel war. Ich glaube mehr, dass die einfach niemanden haben wollen, der sagt, wenn etwas nicht stimmt, wenn ihm etwas nicht passt. Ich habe mich zwar oft beschwert, aber auch nur, weil es teilweise gegen Gesetze verstoßen hat, wie zum Beispiel das Brandschutzgesetz. Ich wurde ja immer mit, ja, das ist uns bekannt und wir kümmern uns schon darum und nie, ja, abgespeist und nie ist irgendetwas passiert. Das Ganze hat aber auch schon in der Schule angefangen, wo mir gesagt wurde, wenn du hier weiter so ein Klugscheißer bist, schmeißen wir dich raus. Ich hoffe für jeden Betroffenen mit dieser Diagnose beziehungsweise dem Verdacht, dass die Gesellschaft einen akzeptiert und wünsche diesen Menschen viel, viel Glück. Ja, ganz kurze Anmerkung von mir. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, auf die Menschen mit dieser Diagnose immer wieder stoßen. Das heißt, soziale Schwierigkeiten, nicht sich ins Kollegium, nicht ins Team sich integrieren, können eigentlich eine sehr, sehr gute Arbeit abliefern. auch sehr, sehr gut, sich an die Gesetze und Normen zu halten und trotzdem zu erleben, dass man immer und immer wieder rausfällt aus den Betrieben, aus dem Kollegium. Meine persönliche Erfahrung bei meiner ersten Ausbildung, die ich angefangen habe, war die, dass ich gesehen habe, dass ich mich was, das war eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann damals, dass ich mich sehr, sehr gut an all das gehalten habe, was man mir in der Schule damals gesagt hat, wie man sich in so einem Betrieb verhält und dass mir auch vor allen Dingen von Kunden immer wieder die Rückmeldung gegeben wurde, dass ich, ja, dass ich der beste Verkäufer, die beste Beratung abgeliefert hätte, die, ja, die man je erlebt hätte. Das hat mir natürlich sehr, sehr geschmeichelt. Trotzdem bin ich im Kollegium immer wieder angeeckt und letztlich wurde meine Probezeit vorgeschlagen. Es ist da nicht passiert. Ich habe von mir aus das Ganze beendet dann hinterher, nachdem man mich dann doch haben wollte, meine Probezeit beendet, weil ich mich nicht ins Team integrieren konnte. Und diese Nicht-Integration ins Team sah tatsächlich so aus und das ist für Autisten ganz, ganz häufig nicht verständlich, dass dieses Team die Kunden sehr schlecht beraten hat, betrogen hat. Gut, da könnte man noch sagen, das ist ein wirtschaftliches Interesse des Unternehmens, okay. Aber auch einfach schlechte Arbeit geleistet hat, frech zu Kunden war, Kunden gar nicht bedient hat. Tja, die anderen Mitarbeiter haben sich dort einfach einen Leih, haben sich es einfach sehr, sehr leicht gemacht, haben nicht ernsthaft wirklich die Rolle eines Einzelhandelskaufmanns, der sich mit dem Unternehmen identifiziert, ausgefüllt, ganz im Gegensatz zu mir. Aber das hat dazu geführt, dass ich nicht ins Team gepasst habe, in das Team, welches aus meiner Sicht schlechte Arbeit geleistet hat, denen eigentlich alles, ich sag's mal so krass, ja, scheißegal gewesen ist und somit es nicht zu, ja, wie soll ich das sagen, nicht dazu geführt hat, dass das Problem, dass das Team jetzt, ja, sich ein Beispiel an mir nehmen sollte, sondern schlicht und ergreifend wurde mir gesagt, ich kann mich nicht ins Team integrieren und deshalb stelle ich das Problem dar. Ich habe da heute natürlich mit meinen 34 Jahren eine andere Sicht drauf, auf diese Abläufe. Ich habe inzwischen verstanden, wie wichtig natürlich auch die Zusammenarbeit im Team ist und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn da jemand ist, der, ja, sag ich mal, dass den Betrieb, der diesen Mitarbeiter anstellt, immer wieder den Finger sprichwörtlich in die Wunde legt und sagt, da musst du was für den Brandschutz tun, dies und das und wir aber davon ausgehen können, dass dieser Betrieb das sowieso nicht machen möchte. Der Betrieb sagt ja, ich weiß das, das kostet dem Betrieb ja auch Geld, das muss man ganz klar sagen, wird der Betrieb sich eventuell sagen, dass dieser Mitarbeiter uns daran hindert, gegen die Auflagen zu verstoßen. Ich sag's mal ganz krass, so wie es ist, und das sind häufig Prozesse, bei denen sehr, sehr ehrliche Menschen mit Autismus, die auch sehr gesetzestreu sind, dann aus solchen Unternehmen rausfliegen. Meine Erfahrung ist, dass das soziale Miteinander in ganz vielen Berufen mehr wiegt, als die tatsächliche Arbeitskompetenz. Hier muss man ganz klar schauen, welcher Betrieb ist für mich der richtige, wo kann ich meine Kompetenzen einbringen. Ja, das ist ein Spannungsfeld, in dem sich Autisten immer wieder befinden und eine einfache Lösung dafür gibt es leider nicht. Last but not least hat die Theresa mir geschrieben. Benachteiligung und Ausgrenzung bei Autismus, mein Erfahrungsbericht zum Thema Ausgrenzung. Menschen empfinden mein Gesicht oft als ernst oder sie nehmen an, ich möchte besonders hart wirken. Dementsprechend wurde ich behandelt. Begonnen bei Lehrern, welche mich vorführten, weil ich es ja abkönnte, vorgeführt zu werden, bis hin zu Einzelpersonen oder gar Gruppen. Einmal musste ich mit zu einer Hochzeitsfeier. Ich verstehe Tanzen nicht. Ich sagte dies auch. Trotzdem wurde ich in der Mitte des Saals gestellt. Obwohl ich zuvor in Panik aus dem Saal gerannt war, wurde ich wieder zurückgeholt. Alle haben mich ausgelacht, weil ich ja nichts machen konnte, weil ich nicht tanzen konnte. Später bei der Getränkeverteilung wurde jedem etwas angeboten außer mir. Ich hielt mein Glas auch hin, aber die Person, die die Getränke ausgeschenkt hatte, sagte mir, Außenseiter. Du bist ein Außenseiter und ging einfach weiter. Das geschah auf einer Feier mit ca. 80 Personen gehobener Mittelstand. Ja, da muss man ganz klar sagen, wer solche Freunde hat, das ist jetzt mein Statement dazu, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, der Fall ist eigentlich relativ klar. Wer solche Freunde hat, braucht natürlich keine Feinde mehr und das wäre kein, ich sag's mal ganz krass, wie es ist. Ja, das wäre kein Pärchen, bei dem ich nochmal auf einer Party auftauchen würde. Denn ja, wenn sich alle gegen einen verschworen haben, da ist natürlich sehr, sehr häufig auch grundsätzlich der Wurm in dem ganzen sozialen Netz schon drin. Der sprichwörtliche Wurm, ja, das ist eine Redewendung. Ja, und da würde ich mich ganz klar fragen, wenn ich hier so vorgeführt werde und das vielleicht auch alle sehen und vielleicht auch das Brautpaar nichts dagegen macht, mich unterstützt, ähm, was soll ich hier und sind das alles wirklich meine Freunde, sind das nicht eventuell, ähm, ja, vielleicht sogar meine, meine Feinde krass ausgedrückt und möchte ich bei Feinden auf die Partys gehen. Aber das nur mal ein ganz kurzes Statement zu dem, was wir hier gehört haben. Ich bedanke mich natürlich für die Einsendung der Texte. Eventuell, wenn euch solches, so ein Format interessiert, mache ich das auch nochmal, vielleicht auch zu anderen Fragen Autismus betreffend, also Erfahrungsberichte von euch als meinen Zuschauern, beziehungsweise in diesem Fall von den Abonnenten meiner Instagram-Kanäle, mal einholen, hier mal vorzustellen und somit auch die Betroffenen einmal sprechen zu lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch solche Videos gefallen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch solche Themen interessieren, das Thema Autismus wird jede Woche auf diesem Kanal behandelt, abonniert natürlich gerne diesen Kanal und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch nur das Allerbeste, lasst euch vor allen Dingen nicht unterkriegen und ich hoffe, dass wir sehen uns beim nächsten Mal.